Ich war schon länger in einer tiefen Erschöpfung und ich fühlte sehr oft eine innere Leere und mir fehlte es an Lebensfreude. Ich fühlte mich vom Alltag überfordert und ich habe mich nach mehr Ruhe im Innen und auch im Außen gesehen. Und gleichzeitig überschwemmten mich täglich meine eigenen Emotionen und Gefühle und ich fühlte mich diesen hilflos ausgeliefert. Und auch mit meinen Kindern kam ich an die Grenze meiner Belastbarkeit. Alleine ihre Art und ihre Stimme haben von Anfang an schon mein Nervensystem beruhigt. Man spürt bei ihnen gleich, dass sie selbst durch den Weg der Heilung gegangen sind und eben nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen. Sehr hilfreich war für mich, die Möglichkeit zu haben, sich jederzeit zu melden, um Trigger oder auch fühlende emotionale Situationen gleich zu besprechen. Sie sind auf jede Situation individuell eingegangen und haben nie als Standard allgemein Antwort gegeben, wie ich das von anderen Therapien gekannt habe. Ihre Antworten waren immer wohlwollend und hilfreich und gleichzeitig haben sie aber nie vorgegeben, was zu tun ist, sondern sie haben mir selber den Raum gelassen, die Antworten in mir zu finden. Und was langsam bewirkt hat, dass ich wieder einen Zugang zu mir selbst gefunden habe und auch zu meinen eigenen Antworten. Während der Begleitung wird einem viel im eigenen Leben und eben auch über sich selbst bewusst und manchmal führt das zu kleineren oder größeren Veränderungen. Und auch hier stärken sie einen den Rücken, um die getroffenen Entscheidungen und auch durch die Ängste dann durchzugehen und nicht vielleicht wie früher wieder einen Rückzieher zu machen. Ein großer Aha-Moment war für mich gleich am Anfang, als sie mir erklärt haben, dass ich mich bei meiner Erschöpfung ausruhen sollte, weil der Körper schon so laut schreit und über Jahre einfach müde ist. Das klingt vielleicht ganz simpel, aber in meinem Kopf hat es die Idee nicht gegeben. Ich habe immer gedacht, wenn ich nur genug an meinem Trauma arbeite, dann geht die Erschöpfung weg. Und diese Auszeit dann auch wirklich einmal zu machen, hat viel Veränderung in mir bewirkt. Ein weiterer Moment war, als ich die verschiedenen Spannungszustände meines Körpers anhand der Selbsthilfe Matrix einordnen konnte. Ich habe auf einmal gemerkt, wenn mein Körper eigentlich schon überreizt war und somit hatte ich die Möglichkeit, eben aus den verschiedenen Werkzeugen und Tools zu wählen, um mich selbst wieder in einen regulierten Zustand zu bringen. Das hat mich meine Selbstwirksamkeit spüren lassen und auch gestärkt. Und die habe ich vorher nicht gekannt. Und es hat noch sehr viele Aha-Momente gegeben und vor allem auch in jedem 1 zu 1. Aber die kann ich nicht alle aufzählen, da würde das Video zu lang werden. Aber auch in jedem Modul habe ich wieder mehr über mich gelernt und gleichzeitig auch, wie ich damit umgehe. Und das war für mich immer der größte Aha-Moment. Denn es ist nie bei der Theorie geblieben. Sondern ich habe immer dann Impulse bekommen, wie ich im Leben damit umgehe. Ich finde, genau diese Mischung, das ist, die den Beginn der Heilung bei mir ausgemacht hat. Das Wissen allein in der Online-Akademie ist sehr hilfreich, um sich selbst besser zu verstehen. Und die anderen Komponenten empfinde ich aber auch als sehr wesentlich, um wirklich Veränderung erzielen zu können. Die 1 zu 1 Treffen sind so hilfreich bei den verschiedensten Alltagsthemen und gleichzeitig braucht es, also meiner Meinung nach, eben das traumasensible Yoga, um sich selbst wieder gut zu spüren, überhaupt sie wieder spüren zu lernen. Und eben durch die verschiedenen Übungen sich wieder regulieren zu lernen und dann eben auch um den alten Traumastress wirklich aus dem Körper zu entlassen. Die WhatsApp-Begleitung ist so eine wohltuende Art der Nachbilderung. Das ist unvorstellbar und ich habe das noch nie irgendwo bis jetzt im Ansatz irgendwo erfahren. Und das ist für mich wirklich nicht wegzudenken. Und ich habe das auch immer körperlich gleich gespürt, wie nährend und gleichzeitig ein Nervensystem beruhigend das für mich war. Und auch die Q&As waren immer sehr informativ. Und sie haben ja immer ihre Themen aufgrund unserer aktuellen Themen im Leben gewählt. Und somit war auch dieser Austausch immer sehr lebensnah und wertvoll für mich. Also ich spüre meinen Körper durch das traumasensible Yoga schon viel besser. Ich erkenne die verschiedenen Zustände und kann mich wieder besser regulieren. Ich habe mich selbst besser kennengelernt und spüre jetzt viel mehr oder auch früher, was mir gut tut und was nicht. Und ich handle nicht nur nach den Bedürfnissen der anderen. Ich erkenne langsam, welche Beziehungen nicht wohltuend sind. Und in mir ist eine innere Stärke entstanden, beziehungsweise am Wachsen, um auch Veränderungen vorzunehmen. Ich gehe unangenehmen Dingen oder Situationen nicht mehr aus dem Weg, sondern ich gehe sie an. Und mein Selbstwert ist gewachsen und ich merke, dass ich nicht mehr so vieles persönlich nehme. Gleichzeitig traue ich mir und meine Gefühle schon mehr und nehme diese auch ernster. Die Sichtweise auf meine Körper und auf meine körperlichen oder auch emotionalen Reaktionen wurden liebevoller. Und ich kann auch einfach mal nichts tun. Und ich spüre wieder Freude. Also ich würde es unbedingt jedem weiterempfehlen und kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, der sich irgendeine Veränderung in seinem Leben wünscht. Egal welche Symptome oder welche Diagnosen. Ich habe wirklich viel Therapien und auch Traumatherapien gemacht. Aber wirkliche dauerhafte Veränderungen in mir haben sich nicht bewirkt oder eben nur kurzfristig. Und hier bei Ihnen wird auf so vielen verschiedenen Ebenen gearbeitet und nachgenähert, was meiner Meinung nach wirklich eine nachhaltige Veränderung bringt. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der vielleicht schon ein bisschen hoffnungslos ist, weil nichts was bringt, so wie es bei mir war. Denn ich bin überzeugt, dass durch Ihre Begleitung sich jeder wieder ein Stückchen selber näher kommen kann und wirklich, wirklich eine nachhaltige Heilung passieren kann, wenn man dran bleibt. Danke.